188 Geppstedt ist ein Ortsteil der Landgemeinde Bad Sulzer im Nordosten des thüringischen Landkreises Weimarer Land. Lage Geppstedt liegt im Ackerbaugebiet zwischen Apolda und Eckartsberger an der Landesstraße 2158 und an der nahe vorbeiführenden Bundesstraße 87 und weit der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Geschichte Zu Beginn des 9. Jahrhunderts wird Geppstedt in einem Verzeichnis der von Erzbischof Lullus von Mainz für das Kloster Hersfeld von Freien verliehenen Gütern erstmals urkundlich als Gehundstädte erwähnt. Im 14. Jahrhundert wird eine Fugteigeppstedt erwähnt, zu der die Orte Geppstedt, der Hof Schwabsdorf, Neustadt und Reisdorf gehörten. Die Fugteigeppstedt stand unter der Verwaltung des Ernestinischen Amts Roslau, welches beim Aussterben der Linie Sachsen-Altenburg im Jahr 1672 an Sachsen-Weimar kam und seit 1741 zu Sachsen-Weimar-Eisenach gehörte. Bei der Verwaltungsreform des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach kam Geppstedt mit Schwabsdorf im Jahr 1850 zum Verwaltungsbezirk Weimar II und juristisch zum Justizamt Buttstedt. Seit 1920 gehört der Ort zu Thüringen. Am 31. Dezember 2012 wurde die Gemeinde Geppstedt zusammen mit weiteren Gemeinden in die Stadt Bad Sulzer eingegliedert. Zur Gemeinde Geppstedt gehörten der Ortsteil Neustadt und das Gehöft Schwabsdorf. Neustadt wurde ein eigenständiger Ortsteil der Landgemeinde Bad Sulzer, Schwabsdorf erhielt keinen offiziellen Status. Siehe auch St. Johannes. Persönlichkeiten, Justus Christian Hennens, Philosoph.